so herzlich willkommen zurück zu battlefield artline ich zocke jetzt wieder mal mit der sniper ich versuche es einfach nochmal auf wenn wir wahrscheinlich jämmerlich versagen ich versuche es einfach nochmal denn ich möchte sniper mann sniper ist cool aber ich bin irgendwie manchmal nicht so cool unterwegs da hinten ist jemand aber ich werde ihn höchstwahrscheinlich nicht erwischen irgendjemand schießt auf mich könnte sein das ist gar nicht gut gar nicht gut es wird wahrscheinlich wieder hier dreckig starten wenn ich mit sniper versuch loszulegen komm Junge zeig dich wie kommt er doch schon wieder so schnell auf dem dach auf der junge komm Junge zeig dich nochmal los zeig dich nochmal jetzt will er nicht mehr der pisser nicht dass der meinen kopf sieht hier das könnte nämlich der fall sein alle was warteten der will nämlich nicht töten es gibt in der hier um hat er keinen bock jemand zu töten oder was jedes mal schaut er bloß und dann gibt er jungen alle will mich glaube ich hinterrücks erschießen vertraut sich nicht abzudrücken der pisser stirbt doch junge ja man alter los kommen wir zu uns ja auch noch hier oben weg typ geht mir nicht richtig auf ein sack stirbt doch junge alter nicht getroffen man was für eine peinliche aktion komm lad nach hier ich will ihn da oben haben oh shit oh shit von wo hat er geballert jetzt da hinten wieder ganz versteckt wahrscheinlich oder da oben aus dem fenster man ist aber eine blöde position hier wenn da keiner kommt dann 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 warteste ewigkeiten und es kommt keiner das kann dann schnell sehr eintönig werden gucken wir mal von hier aber von hier vielleicht jemand auf dem dach sehen können mehrere ziele ist doch gar nicht so verkehrt alter gibt doch das live hermann scheiße ich bin am arsch bin am arsch sie holen mich sie holen mich ich will noch nicht sterben von wo alter man warum ist denn jede position so kacke die ich hier gerade habe mann 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 hinterrücks in den ich nehm mir eine andere waffe man jedes mal wenn ich die schneider nehmen verkack ich hier jämmerlich kann ich zulassen die ist cool die ist cool die waren mal die m5 sd oder was die ist geil glaube ich mit der habe ich schon mal gezockt man die ist eigentlich echt nice glaube ich 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 ist dieser pisser mann ich hau ihn weg ich hau ihn so weg einer oder auch nicht scheiße zählt als killmann obwohl ich nur so wenig getroffen habe habe ich den so viel schaden zugefügt dass der down geht kommen gleich nochmals born hier mach hin junge du läufst falsch mal du bist hinter uns erschossen man sieht auch nichts junge pass auf weil da nicht dass sie dich hinter uns ab knall du bist du bist mann aber nicht wusste nicht dass jetzt von anderen wenn ich die wäre würde ich jetzt von anderen seite kommen ich versuche es jetzt mal von hier ach so wir haben das ding schon eingenommen hier alles klar kann ich ja nicht ahnen kann ich ja nicht riechen kommt leute man ich muss ein paar leute töten langsam wird es langweilig hier ich habe hier drin komm 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 halt nach halt mich gerade getroffen ach da saß jemand oder was und hat gekämmt wieder mal was geht hier ab los 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 ja mann ja mann ja und kommen rein 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 scheiße ich verpiss mich junge pass auf man die g3 und die krassen aus hier gerade die rast noch leicht aus wenn man eine runde rein halten rein halt ist immer gut 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 aber was hat er denn für eine waffe a85 das ist diese komische torpedowaffe oder diese komische diese speer scheiße da nicht torpedo man wie nennt man denn die scheiße hapune hapune genau die komische hapunwaffe die overpowered die one hit macht ist auch vom neuen dlc glaube ich material übrigens hole ich mir nicht vielleicht irgendwann mal wenn es ultra billig ist aber ich sehe keinen grund das spiel zu kaufen wenn es eh nicht gespielt wird deswegen habe ich mir überlegt kommt lassen wir es einfach weil getaway wurde ich richtig enttäuscht hat ich habe geld dafür ausgegeben und ich habe es vielleicht zweimal gespielt die maps ja das ist also richtig traurig gewesen und daher lasse ich das jetzt einfach mal weil ich sonst wieder das wein anfange junge lad doch nach alter schon dauert es aber auch übertrieben lange erde hier was sinnvolles macht verstecken jetzt auch ein klosett leute okay alles klar sagen wir hier schneller wurf das haben wir noch schutzweste nämlich mit scheiß granate aber die sterben ja alle mal weg scheiße man ich müsste eindeutig mehr ran dann wird mehr gehen komm 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 lad nach lad nach wo ist einer hier überall welche man stirbt er nicht alle stand doch gerade man dann kriegt ihr nicht dauer zugelegt schaden mit meinen komischen granaten oder was ein fahren lassen scheiße als können wir drei stunden lang nix sehen das ist ja mal so übertrieben die giftgranate richtig übertrieben ich habe nur gekriegt mangel komm 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 du holst nie oder du willst die junge ja wir sind alle wir sind alle total verrückt hier man da war einer der kommt jetzt vielleicht von oben oder so oder oh shit oh shit oh shit aber müssen aufpassen dass sie nicht rumkommt alter alles klar man wie kann er denn auf meinem brustkorb mehr schaden machen wie ich auf seinen kopf wenn er raus springt man es echt so unglaublich manchmal er 14 3 gott dann kann man hier richtig geile stats hätte ich am anfang nicht versucht mir das sniper abzugehen wenn man noch geiler unterwegs ja manchmal die scheiße ja da kommt wieder einer mit der overpowered mega schrote und ballert alle weg hier die schrote ist auch so brutal dreckschrot wir sind am führen wir holen uns die scheiße hier die ruhige ja man deine mutter ist unterwegs junge halt wie geht denn es ich habe so viel kugeln in den reingepumpt und er steht immer noch der typ hat noch 25 gott sei dank gott sei dank dass wir hier nicht leer ausgeben man ein kill einmal gestorben sehe ich noch ein das kann man akzeptieren obwohl ich mir schon viel geiler unterwegs wäre man wenn es nicht immer so scheiße wäre alles so eine scheiße mit der scheiße hier oben junge stirb alter oh fuck 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 oh man aber ich muss echt mal lernen dann zur handwaffe zu wechseln aber er mit seiner räumigen drecksherpude schon wieder man aber ich habe ihn zweimal getötet er hat mich zweimal getötet eine kleine genugtuung für mich dass der bastard nicht der beste ist überhaupt so leute mit so scheiß hapulmann die können mit keine andere waffe deswegen zocken sie den müller also mit normalen waffen gar nicht können alle von wo alle wurde kaltblütig ermordet hier von wo und snipe glaube ich jemand oh shit oh shit oh shit oh shit ich will doch nur ein paar leute töten ist jemand hallo junge du bist ganz schön verbuggt würde ich mal sagen ich glaube hier läuft jemand läuft jemand ja junge komm 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 ganz langsam ganz langsam oder alter da oben alter on master oben ach shit man ey da stehen doch meine leute warum lassen die zu dass die mich töten man 19 sieben ey man sind uns jetzt richtig kacke geworden scheiße die waren so geil du passt auf man ist einer shit ist er tot ja das ist totaler wahnsinn hier pure wahnsinn ist es der pure wahnsinn ist es hier und brutal zugleich brutal und wahnsinnig mann mit deiner schwuchteligen drecks hapune du missgebot oder wie er sich freut wo steht der bastard speed was da wo ist er 13 14 was für ein gimp er denkt echt er ist hässlich man und ich kann ihn echt nun vergewissern dass er wirklich hässlich ist der typ du räuliges penis gesicht komm her du wichser oh nein 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 junge duck dich wir gehen drauf wir gehen drauf wir gehen einfach nur drauf mann 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 oh da ist jemand die kommen hier rum oder die wollen hier rum kommen oh von hinten scheiße mann ey so schnell kann ich gar nicht reagieren ey krasses ding hier krasses ding wir sind aber am gewinn wir haben noch fast das doppelte ja wir holen sie quasi jetzt haben wir sie gleich so weit zurückgeschlagen dass sie bloß noch hier vorne gimpen können dann haben wir sie eingekesselt die gimp's die übernehmen überhaupt nichts junge scheiße ich habe angst komm den brandkanade rüber mann ey ich verstehe es nicht man da sind doch leute von warum bin ich immer der einzige der drauf geht ich bin immer der einzige der getötet wird alter echt wahr da stehen zehn leute von mir und ich bin der der getötet wird jedes mal so eine räudige scheiße hier mann alter jetzt jetzt ist zeit für sniper jetzt lohnt sich die sniper weil die typen nämlich jetzt da bloß noch sniper jetzt hole ich sie auch mal raus das gefährt hier komm junge profi und los hier hinten müssen wir spawnen A wird eingenommen das ist gar nicht cool ist mir scheißegal jetzt hier numero 1 ich habe ihn getroffen aber es reicht nicht aus scheiße 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 aber hat noch jemand der da rumsnipet ne der traut sind junge stirbt doch alter man das war genau der typ man den ich gerade getroffen habe mit seiner hässlichen knockout und nur eine dreckskill kriege ich jetzt 22 13 ah scheiße shit komm 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 oder hinten ah junge wo ist er wo kommt da rum hier der typ das wissen wir schon die ganze zeit man headshot penis genau war doch gerade einer mann jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr oh wo 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 ist das cool oh pass auf ich habe schiss alle wie viel sind dann hier ah shit scheiße ein bisschen höher auf den kopf und dann hätte das vielleicht funktionieren können ein bisschen höher ein bisschen höher nur ein bisschen shit shit verdammter shit so jetzt kommt hier ein will ich noch kaum ein will ich noch wo hockt noch jemand hier ah man man ey aber 24 14 ist eigentlich schlecht oder auch wenn wir mit der sniper ein bisschen ablosen momentan es gibt auch gute tage es gibt auch gute tage leute ich bedanke mich fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat lasst bitte ein Däumchen hoch da und dann hören wir uns in der nächsten folge von battlefield hardline bis dann tschüss